Kaum eine Pflanze ist so umstritten wie Cannabis. Wegen ihres THC-Gehalts und der berauschenden Wirkung sind gewisse Hanfsorten und ihre Produkte bei uns verboten. Andererseits beinhaltet die Pflanze viele Wirkstoffe, die hohe therapeutische Wirkung haben. Ab morgen findet in London die erste europäische Cannabis-Woche statt. Ein internationaler Kongress für Politik und Wissenschaft. Professor Siegfried Merin gibt einen Überblick über den Stand der Diskussion. Schönen Nachmittag. Ist Cannabis eine Einstiegsdroge in eine mögliche Suchtkarriere? Erlauben Sie mir an dieser Stelle eine sehr persönliche Bemerkung. Wenn wir in Österreich Probleme mit Suchterkrankungen haben, dann ist das vorwiegend Nikotin und Alkohol. Cannabis kommt so weit hinten, dass die Sorge, ob Cannabis eine echte Suchterkrankung ist, wirklich nicht an erster Stelle stehen sollte. Aber ich weiß, dass es in der Öffentlichkeit immer ein großes Thema ist. Und die überraschende Antwort ist auch, dass Cannabis tatsächlich keine Einstiegsdroge ist in einer Suchtkarriere. Typischerweise sind das Menschen, die vorher schon entweder mit Alkohol oder mit Nikotin bereits Erfahrungen hatten, dort auch Süchte entwickeln. Und die dann in weiterer Folge zu Cannabis greifen und die entwickeln dann eine Abhängigkeit. Währenddessen bei anderen, die es ab und zu einmal ausprobieren, ist das wirklich nicht der Einstieg und schon gar nicht. Auch das wird immer vorgeworfen, besonders bei jungen Menschen, dass die dann zu härteren Drogen greifen. Und wenn sie da nicht begonnen hätten, dann würden sie das nicht brauchen. Und ich möchte auch noch etwas betonen. Cannabis wird mittlerweile auch in der Medizin immer häufiger verwendet. Wir verwenden das bei Patienten, die starke Schmerzen haben. Wir verwenden das bei Patienten, die eine sogenannte Polyneuropathie haben, eine Erkrankung der Nerven. Bei Menschen, die eine Spastizität haben, neurologische Erkrankungen oder aber auch bei Krebspatienten. Das führt zur zweiten Frage, welche Wirkungen, aber auch welche Symptome kann die Hanfpflanze verursachen? Gerade bei den Wirkungen kann man auch sagen, dass Hanf oder Haschisch, das Harz der Hanfpflanze, nicht immer die gleiche Konzentration hat, sondern es gibt Wirkstoffe drinnen in ganz unterschiedlichen Mengen. Vor allem entscheidend ist der Gehalt an THC. Die typischen Wirkungen, warum Menschen das zu sich nehmen, man entspannt sich, man ist relaxed, man fühlt sich wohl, gerade in der Gemeinschaft. Die Zeit vergeht ein bisschen langsamer, man wird entspannter, man fühlt sich einfach irgendwie gut. Und die Leute sagen, das ist ein angenehmes Gefühl, es ist so wie ein leichter Dämmerschlaf. Und auch die Stimmung kann sozusagen positiv werden. Natürlich, wenn man längere Zeit, zum Beispiel täglich, eine Konsumation hinter sich hat und hört auf, dann ist es auch wiederum so, das ist auch ein falscher Mythos, dass es tatsächlich Beschwerden geben kann, wenn man aufhört, wenn man sehr, sehr daran gewöhnt war. Die klassischen Symptome, Schlafstörungen, Schwitzen, Unruhe, Dysphorie. Das heißt, bei regelmäßigen Gebrauch kann man beim Absetzen auch etwas spüren. Zusammengefasst in allem ist das durchaus etwas, womit wir uns beschäftigen sollten, aber wir sollten das nicht übertreiben und lieber mit anderen Dingen noch genauer auseinandersetzen für die Gesundheit in Österreich. Danke, dass Sie uns geschrieben haben. Bitte schicken Sie uns andere Themen, die Sie interessieren. Und ich wünsche Ihnen wie immer vor allem Gesundheit. Vielen Dank.